Wir haben das zweite und dritte Tor kassiert, obwohl wir wussten, wie aggressiv Carlos Bacca spielen würde. Heute haben wir ihn nicht daran gehindert. Am dritten Tor sind wir auch selbst schuld. Wir hätten den Ball nicht so herschenken dürfen. In den vergangenen Spielen hat uns oft ein Tor zum Sieg gereicht, aber heute haben wir zu einfache Gegentore einstecken müssen. Es läuft auf die mangelnde Erfahrung hinaus. In der Verteidigung haben wir heute zu viele Fehler gemacht. Bis zu diesem Spiel war Douglas einer der besten Verteidiger in Europa. In jeder Runde war er einer der herausragenden Spieler. Heute hatte er nicht sein bestes Spiel. Wenn ein Stürmer zwei Tore schießt, kann man sagen, dass der Verteidiger nicht mit ihm fertig wurde. Aber wir müssen die Angreifer auch loben, denn sie haben heute sehr gut agiert.